Was glauben Sie? In einem Familienhaus werden die obersten Stockwerke meist zuerst ausgeräumt. Dort fühlen sich die Täter unbeobachtet. Sind Sie der Täuschung zum Opfer gefallen oder lagen Sie richtig? Eins ist sicher, Schutz vor Einbruch ist keine Illusion. Was war das denn? Naja, sicher dich mit der Hausratversicherung gegen Einbruch und Diebstahlschäden ab. Vielen Dank.